Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Freitag, dem 15. Januar 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 943. Heute mit den folgenden Themen. Netflix, Galaxy S21, Galaxy Buds Pro, Fitbit, Sprachsuche und TikTok. Ich beginne gleich mit Netflix und da geht es in die nächste Preisrunde. Nachdem es in Großbritannien schon stattgefunden hat, kommt sie jetzt auch nach Deutschland. Bis jetzt noch nicht in der Schweiz, aber das kommt relativ zügig. Meistens auch hinten nach Neukunden und solche, die ihr Abo wieder reaktivieren. Also mein Reiner wäre dann so einer. Der bezahlt jetzt mehr und zwar bis zu 17,99 Euro. Also knapp 18 Euro im grössten Fall. Also im grossen Paket, wo man auch die ganze Familie mit reinschubsen kann und schöne Auflösung hat etc. Wie gesagt, es geht um 2 Euro hoch. Dafür bietet Netflix auch alles, aber Netflix, wie ihr ja schon hier in einigen Daily gehört habt, wird auch einiges verlieren. Vor allem dann, wenn zum Beispiel Disney Plus mit Star kommt, da werden einige Dinge rausfallen. Aber allein in diesem Jahr 2021 und das wohlgemerkt nach dem Corona-Jahr, kommen insgesamt 70 eigene Produktionen neu hinein. Also da habt ihr ein bisschen was anzuschauen. Wer ist noch bei Netflix? Wer ist sonst wo? Ihr dürft gerne auch mal über die Kommentare, über Rückmeldungen, Social Media etc. uns beitragen oder nachtragen, übermitteln, wie auch immer. In diesem Jahr sind die Südkoreaner, sprich Samsung, sehr sehr früh. Normalerweise immer um den Mobile World Congress rum, also Anfang Februar, kommen die neuen Modelle oder werden die neuen Smartphone-Modelle vorgestellt. Dieses Mal am letzten Tag der digitalen CES. Gezeigt haben sie die neuen S21-Modelle. Da gibt es ja das normale, das Plus, das 5G und das Ultra, Ultra 5G etc. Und die haben allesamt so einen goldigen Schnitt bekommen. Muss einem gefallen. Mir gefällt es. Finde ich irgendwie noch schick. Ganz etwas, ja, man hebt sich halt von diesen anderen eintönigen Smartphones irgendwie ab. Gefällt mir sehr gut. Display, die zwischen 60 und 120 Hertz hin und her gehen können. AMOLED Infinity-O Displays. Was haben wir da noch mit drin? WK, genau, WQHD Plus Auflösung und so weiter und so fort. Schnelle Kamera, grosse Kamera, die aktuell beste Quad Cam, wie Samsung verspricht. Wird sich natürlich erst im Test zeigen. Und, und, und. Alles mögliche ist da mit drin. Und preislich beginnt das Ganze ab 849 Euro. Also gefühlt auch wieder ein bisschen, zumindest 50 Währungseinheiten tiefer als auch schon. Ich bin gespannt. Ich hoffe für Samsung, dass es besser ankommt als das letztjährige Frühjahrsmodell. Wir werden es sehen. Dann gab es auch neue Galaxy Buds. Und zwar die neuen heissen Galaxy Bud Pro. Das ist so ein Nachfolger von den Buds Live und den Galaxy Buds generell. Wo mir das, ja, wie sagt man das? Das Bohnendesign so gut gefallen hat. Mittlerweile geht es wieder ein bisschen zurück zu den originalen Buds. Das hat unter anderem sicherlich auch damit zu tun, dass neuen 11mm Tieftöner mit drin ist. Somit tiefere Bässe. Und auch ANC für die aktive Geräuschunterdrückung mit an Bord. Was mir sehr gut gefällt, neben USB-C Laden und kabellosem Laden, was ja heute sowieso sein muss, ist vor allem auch, dass es IPX7 zertifiziert ist. Zumindest das Case. Und das hätte ich heute zum Beispiel gut gebrauchen können, weil ich bin mit meinen Galaxy Buds live nach Hause gelaufen. Und bei uns schneit es nicht, sondern regnet es wieder in den Schnee. Und das war besonders hässlich, denn die Hosen wurden ganz nass. Und somit dann auch das Case, was ich dann schnell rausgenommen habe, logischerweise. Ist nichts passiert zum Glück. Weiter geht es mit Fitbit. Und ja, endlich ist es soweit. Also endlich für Google und nicht unbedingt für Fitbit. Oder zumindest die Nutzer dahinter. Fitbit darf jetzt offiziell übernehmen und sich die Firma einverleiben. Nach wie vor ist es so, dass man nicht auf die Daten zugreifen darf. Und Google sagt nach wie vor, dass sie auch das nicht möchten. Ihnen geht es um die Hardware. Ich bin mal gespannt, wenn sich ein Top 4 mit einem Top 5 vermischt. Was da, also ja gut, Top 5 sind es ja auch fast nicht mehr. Die fliegen ja fast raus aus dem Global Ranking. Bin wirklich gespannt, was da Google auf die Beine stellt. Und ob wir gegen Ende des Jahres vielleicht sogar mal eine Pixel Watch sehen werden. Ich, ich, ich wage da nichts zu wehrweisen. Aber wir werden es sehen. Weiteres gibt es zu YouTube. Und da die Neuigkeit ist, dass jetzt auch die Sprachsuche bei YouTube Einhalt geboten hat. Nachdem es bei den Docs, also bei den Office-Geschichten von Google mit drin ist. Und bei der normalen Sprachsuche ist es jetzt auch neu bei YouTube drin. Funktioniert noch relativ hakelig. Also ich hatte mehrere Anläufe. Aber schlussendlich, ich denke auch aktuell, sind die Server da ein bisschen am Rauchen. Und wie immer, das wird sich mit der Zeit auch bessern. Und vor allem, ja, Google hat ja schon mehrfach gezeigt, dass sie das mit dieser Sprachsteuerung doch ein bisschen drauf haben. Ich bin gespannt. Zu guter letzten Aufschrei, der morgen sicherlich durch die ganze Presselandschaft und TikTok-Nutzerinnen unter 16 Jahren gehen wird. Ja, TikTok stellt alle unter 16-jährigen Accounts auf privat. Finde ich gut. Meine Tochter wird sich freuen, denn bei ihr ist das schon standardmässig immer so. Ihre Kolleginnen werden jetzt allesamt dann auch in die Richtung abgedrängt. Es gibt noch weitere Einschränkungen. Und da soll es vor allem um den Schutz von den Jungen gehen, was ich sehr, sehr, sehr sinnvoll erachte. Und bin mal gespannt, wie lang das geht. Und vor allem, welche Kinder da den Account selber gemacht haben, ohne Eltern und sich vielleicht sowieso schon älter gemacht haben. Aber das werden wir dann mit der Zeit auch sehen. Und es gibt ja immer irgendwelche, Anführungs-Schlusszeichen, Hacks, um da doch wieder reinzukommen. Das war es mit den heutigen Neuigkeiten. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen was mit dabei. Hattet eine schöne Woche auch und geht jetzt dann bald ins Wochenende, mit oder ohne Arbeit. Wie auch immer wünschen wir euch viel Spass und viel Erfolg. Und ab nächster Woche ist dann der Achim wieder für euch da. In diesem Sinne, bis bald. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.